Das sind meine seltensten Items in meinem Brawl Stars Katalog. Ja, fangen wir direkt mal an mit Star Shelly. Leute, ich glaube, jeder von euch kennt sie und jeder von euch hätte sie gerne. Ja, wie hat man sie bekommen? Damals musste man direkt bei Global Release bzw. vor Global Release zocken. 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und wer da Glück hatte und schon dabei war, der hat Star Shelly damals kostenlos bekommen. Heutzutage kriegt man sie nicht mehr, auch wenn man sie so gerne hätte, auch wenn man YouTuber ist und Connections zu Supercell hat. Es gibt eigentlich keine Chance mehr, diesen Skin zu bekommen. Und ich glaube, noch seltener ist dieser Klatsch-Pin aus dem Paris-Finale. Ich war tatsächlich eingeladen. Es waren ungefähr, ich würde mal schätzen, 1.000 bis 2.000 Leute vor Ort. Und die haben maximal, die haben diesen Pin. Daumen nach oben, abonnieren, wenn ihr diesen Pin auch gerne hättet. Und Creator Code Pookie.